Ja, die Aufnahme läuft, das Video läuft und damit wünsche ich allen einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Montag. Wir haben 9.34 Uhr und das Wetter soll heute wieder schön spät sein. Ich mag den späten Sommer, also so die Temperaturen. Es ist nicht so ganz so warm und man kann trotzdem mit kurzen Ärmeln herumlaufen. So viel zur üblichen obligatorischen Wetter. Zum Wetterbericht, der ja mittlerweile eine gute Tradition ist bei meinem Vlogs. Ja, willkommen beim 14. Jermansvlog. Und kleine Vorwarnung vorab. Dieser Vlog kann wahrscheinlich ein klein wenig länger dauern. Wie lange? Also wenn es so läuft, wie ich fürchte, dass es laufen wird, dann könnten wir gut und gerne bei einer Stunde rauskommen. Was dann so ungefähr die Ausmaße des Arpage-Dimage-Break-Nachklapps kriegen könnte. Aber nun gut, ich habe mit meinen Zeitvoraussagungen ja schon oft daneben gelegen. Vielleicht werde ich dieses Mal nicht so lange brauchen. Wir werden es sehen. Aber Fakt ist, ich habe wirklich eine enorme Breite an Themen. Und gleich das erste Thema wird ein wenig lange dauern. Das Thema ZFM, wo ich halt einiges zu berichten habe. In dem Sinne mache ich mal den Übergang. Und ehe ich jetzt hier darauf eingehe, wieso wir welche Cuts gesetzt haben, will ich erstmal ein klein wenig ausholen. Weil es gab da doch einige... Eine interessante Chronologie, um es mal so zu formulieren. Es gab da doch einige interessante Sachen, die da geschehen sind jetzt dieses Wochenende. Der ursprüngliche Plan war halt wirklich, dass die Cutting-Crew, die German Cutting-Crew, wie ich sie so gerne nenne, bestehend aus Talga, Veni, Rise, Zorgo und mir, sich am Samstag treffen würde, nachdem das Romic-Event vorbei war, um die Cuts zu machen. Das haben wir auch getan. Hat da halt ein bisschen lange gedauert. Aber am Ende hatten wir eine wunderschöne Liste. Die ich dann zusammengefasst habe, in der Cuts-Übersicht, die ihr jetzt auch hier gerade im Video seht. Und habe das rausgehauen und bin dann rundum zufrieden ins Bett gegangen. Meine Zufriedenheit hatte sich dann dann schlagartig erledigt, als ich dann eben am nächsten Tag aufgestanden bin, hier an den PC gesetzt habe, alles angeschmissen habe und mir dann auf meinem persönlichen Twitch-Account zwei Whisper-Nachrichten entgegenploppten. Zwei Whisper-Nachrichten, wo mir zwei Teilnehmer mitteilten, es täte ihnen leid, aber aus persönlichen Gründen müssten sie ihre Submissions zurückziehen. Boah. Ja, nun gut. Es ist leider so. Es ist leider so. Das Leben kann einen immer gerne dazwischengrätschen und einen Arschschwingen, um es mal salopp zu sagen. Das Problem an der ganzen Sache war nur, das waren zwei Runner mit einigen Submissions, die doch ordentlich waren. Die doch wirklich sehr gut waren. Wo wir auch wirklich zwei, wo wir auch wirklich einiges rausgepickt hatten, wo wir dachten, okay, das könnte interessant werden. Nun gut. Ich habe die Entscheidung akzeptiert. Ich habe die Wünsche, wie ihr auch inzwischen in der Übersicht seht. Ihr findet die Namen nicht mehr. Und ist auch gut so, weil die Namen der Runner würde ich jetzt auch nicht hier breit treten. Es ist deren eigene Entscheidung und ich finde es schade, aber ja, das Leben ist halt manchmal unvorhersehbar. Und wenn die Runner meinen, es geht einfach nicht, dann geht es einfach nicht. Das müssen wir akzeptieren. Ich also, alle anderen zusammengetrommelt, wobei Tiger mich nochmal vorwarte, es kann sein, dass ich nicht oder sehr spät komme, weil ich halt parallel am Streamen bin. Der Sonntags-Stream von Tiger ist halt Tradition und ich bin auch ein Freund von Traditionen. In dem Sinne war das auch in Ordnung. Es war auch gut, dass wir dann gesagt haben, dass wir uns dann nach dem Ende des zweiten Tages des Romic Events treffen würden, weil da war dann doch wieder was vorgefallen, wo dann wir gesagt haben, Hm, okay. Das ist jetzt nicht gut. Da müssen wir jetzt entgegensteuern. Ja. Wer das jetzt war, werde ich dann entsprechend gleich sagen. Letzten Endes haben wir uns dann am Sonntag zusammengesetzt und überlegt. Und überlegt, und überlegt, überlegt. Es war nicht einfach, sag ich mal so. Weil wir hatten ein Gerichtlinien. Gerichtlinie 1 war, wir nehmen nicht mehr als zwei Runs von einem Runner an. Natürlich gibt es auch Ausnahmefälle, Berlin Dude zum Beispiel, wo gleich vier Runs haben, aber das liegt auch einfach daran, Berlin Dude hat halt mehrere kurze Runs submitted und ja, da schlicht das jetzt nicht so sehr aus. Und auch noch einige sehr gute Runs. Das ist noch ein weiterer Grund. Und natürlich, wir dürfen nicht allzu, wir müssen auch ein bisschen darauf achten, dass ein gewisses Gleichmaß besteht. Dass das auch, ja, gut ausfällt. Mit dem Ergebnis, dass wir uns dann wirklich lange Zeit die Kopf zerbrochen haben und dann zu dem Ergebnis gekommen sind, was ihr jetzt hier in der Cut-Übersicht seht. Und da werde ich jetzt detailliert darauf eingehen, wieso wir jetzt welchen Run nicht akzeptiert haben und ja, was unsere Begründungen waren. und auch was die ganzen Zusatzbemerkungen bedeuten. Eine Sache vorab, ich habe jetzt von zwei Leuten gehört, ja, wieso wurde das Race nicht akzeptiert? An dieser Stelle kann ich eigentlich nur sagen, das liegt einfach darin, wenn nur eine Person einen Race submitted hat und die andere potenzielle Race-Partner jetzt nicht submitted hat, dann tut es mir leid, dann tut es mir leid, dann können wir keinen Race daraus machen, weil wir dann halt davon ausgehen, das wurde nicht richtig abgesprochen oder der andere hatte keinen Bock drauf oder wie auch immer. Da liegt die Schuld nicht bei uns, da müsst ihr euch dann quasi selber an die Nase fassen, weil wir haben von vornherein kommuniziert, wenn ihr einen Race machen wollt, dann bitte macht das so, dass ihr das beide Partner, das beide Race-Teilnehmer das Race-Submitten. Wir haben aber auch nur einen Fall, wo beide Partner dann eine Submissions gemacht haben, was auch in Ordnung geht. Nur wenn halt nur eine Partei, einen Race-Teilnehmer, einen Race-Submit, Ja, dann tut's mir leid, dann tut's mir leid, dann können wir da nichts machen, weil wir dann einfach davon ausgehen, das wurde nicht abgesprochen und ja, dementsprechend ich werde noch einmal mit den anderen reden, ob wir da nicht noch was dixeln können. Das wird wahrscheinlich am Donnerstag geschehen und bis dahin möchte ich auch einfach die Leute bitten, die halt wirklich dachten, okay, wir möchten einen Race-Submit, und wo der andere Teilnehmer das Race von seiner Seite aus nicht bestätigt hat, schreibt mir noch mal, sagt mir noch mal bitte ausführlich, dass ihr dieses Race haben wollt, bitte beide Parteien, und dann werde ich mich mit Veni und den anderen vor der allgemeinen German-Sprechung am Donnerstag zusammensetzen und mal schauen, ob wir da nicht noch was irgendwie dixeln können. Ich meine, die Sache ist die, Schedule-mäßig dürfte sich da nicht allzu viel ändern, weil das ist ja nur ein Platz, der im Schedule belegt wird, und nicht zwei Plätze. Aber okay, genug um den heißen Brei gequasselt. Fangen wir an mit Akara, mit Akaraien, Mario Party, Story Mode, Easy. Akaraien hatte auch noch Super Mario Sunshine submitted, meine ich jedenfalls, ich ruhe mal eben kurz nach, Gott, ich hab die jetzt bestimmt nicht mehr im Kopf, wie viel's Batman. Ihr seht jetzt das nicht, wo ich jetzt gerade nachgucke. Ah, okay, er hat ja noch ein paar andere Sachen submitted. Ähm. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, wir hatten von Akaraien. Okay. Also, Akaraien hatte halt mehrere Submissions, und die erste Entscheidung, die wir der Herrfeld getroffen haben, war, dass wir seinem Wunsch entsprechen würden und den Fokus auf Super Mario Sunshine legen würden. Weil er meinte, das würde er am liebsten zeigen. Ist auch, ist auch einfach, bin ich auch einverstanden. Super Mario Sunshine ist auch ein schöner Run. Ja. Wir haben uns gegen Mario Party 5 entschieden, weil der Mario Party Run doch sehr RNG-lastig war. Xein 64. Ähm. Da muss ich jetzt ein wenig ausholen. Und da muss ich noch ein bisschen auf das Romic-Event eingehen. Ähm. Wir hatten ursprünglich zwei Runs von Xein akzeptiert. Einmal von Mario Starroad, was ein schöner Romic ist. Und einmal, was war das, glaube ich, Super Mario Galaxy. Dann kam der Sonntag. Und ja. Ergebnis war, er wollte Super Mario Starroad zeigen. Ehe es dann flüssig lief, hat er die Bitrate auf, ich weiß nicht, wie viel runtergesetzt, aber 800. Und selbst dann kam es immer wieder zwischendurch zu haklern und stockern. Es lief sehr flüssig, nur dann immer wieder hakel, ruckel, stockel. Äh. Ja, keine Ahnung, ob es jetzt an seinem PC lag oder wie auch immer oder an seiner Internetleitung. Aber angesichts der Tatsache, dass dies nicht das erste Problem ist, das wir mit Xeinz Stream haben. Er hat auch schon früher einiges auf Germange gezeigt, wo es auch immer wieder zu Problemen gab. Und angesichts der Tatsache, dass er mit Super Mario Galaxy auch noch einen Run zeigen wollte, der ein wenig hübscher aussieht. Der natürlich ein bisschen moderner ist, grafikmäßig, als Starroad. Und den in einer extrem niedrigen Bitrate anzusehen, nein. Wir haben uns einfach entschlossen. Wir cutten alle Runs von Xein 64 raus. Das ist halt auch den Grund. Wir können uns während eines Events jetzt kein ausführliches Troubleshooting leisten. Wir müssen halt wirklich dafür sorgen, dass dieses Event flüssig läuft. Und ja, das dafür haben wir dann auch gesorgt. Es tut mir natürlich um Xein 64 leid. Er hat viele zerbrettet, er hat sich auch gute Hoffnungen gemacht, aber wir müssen halt Prioritäten setzen. Entweder wir zeigen den Run, riskieren Ruckler und dafür, dass uns die Leute davonlaufen, unsere Zuschauer. Oder aber wir machen den Cut und wir haben den Cut gemacht. Ja, hoffen wir einfach mal, dass wenn Xein irgendwann nicht wieder was bitten wird, dass dann die Dinge bei ihm besser laufen. Kylovic, Professor Leighton in the Unworn Future und Professor Leighton in the Diabolical Box. Beide sehr schöne Runs, aber wir haben uns dann letzten Endes für den kürzeren entschieden. Professor Leighton in the Diabolical Box. Ich habe den Professor Leighton Run bei dem DSG gesehen und ich freue mich drauf, das wird sicherlich schön werden. So, Floha 258 mit Skyward Sort Half Percent. Das hat sich insofern erledigt, als dass wir dann bei, als das dann Floha später ein Any Percent Run submetet hat, den wir dann akzeptiert haben. Dann wieder Xein, klar, den Grund habe ich eben schon genannt. Okay, Stevie Rage hatte sehr viele interessante Runs submitted. Die 4 Dark Dreams Don't Die ist ein bizarres Spiel, mindestens genau so bizarres wie Deadly Premonition. Es passt einfach irgendwo zu Stevie Rage. Und ja, hier fiel uns die Entscheidung nicht gerade einfach. Letzten Endes haben wir gesagt, wir nehmen Spy Fiction und Deadly Premonition Any Percent. Also bei Deadly Premonition Any Percent meint Stevie Rage, dass sich da im Vergleich zum letzten Jahr, wo er den Run Show mal gezeigt hat, einiges geändert hat. Also die Route wurde komplett neu gemacht und das war für uns dann auch ausschlaggebend, dass wir dann gesagt haben, wir nehmen den Run an. Dark Dreams Don't Die Any Percent hat trotzdem noch eine Chance und zwar eventuell als Backup Run. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen was erklären und zwar also Veni wird jetzt das Schedule die Tage erstellen und da werde ich dann gleich nochmal drauf eingehen wie das jetzt weitergehen wird und hält vor dass er jeden Tag an jedem Tag wo wir halt das ZDFM haben einen einstwingenden Setup Block haben der halt einerseits ausfallen kann wenn wir zu sehr hinter der Zeit liegen aber andererseits wo wir auch was zeigen können wenn wir halt im Schedule liegen und wenn da halt genug Zeit ist und VENI hat jetzt einige Runs sich ausgesucht die jetzt nicht allzu lange dauern und die sind halt potenzielle Backup Runs wir werden die nicht hinter einer Paywall verstecken wir werden es jetzt nicht machen wie SDQ oder so wo man halt zahlen muss damit die Runs stattfinden aber es steht halt wirklich das Risiko dass wir die Runs dann cutten müssen wenn wir zu sehr hinter dem Schedule liegen so viel zur Vorwarnung Ok weiter geht's Xone hat ja mehrere Runs submitted wir haben uns für die Runs entschieden die er noch nicht so oft gezeigt hat Uncharted Any Percent No Air Work Ja Uncharted hat man gefühlt schon sehr oft gesehen die letzten ZFMs da haben wir uns einfach gesagt Ok wir entscheiden uns jetzt für etwas Neues Xein 64 mit The Legion of Zelda Windraker HD Master Sword haben wir auch schon ursprünglich gecuttet weil wir gesagt haben wir können nicht alle Zeldas reinnehmen wir haben sowieso schon gefühlt jede Menge Zeldas in unserem Schedule drin und Windraker HD sieht zwar interessant aus aber Skyward Sword sieht man nicht so oft bei einem Event Dragon Quest 8 haben wir gecuttet weil das einfach zu lang war ähm wo hab ich das jetzt hier Dragon Quest weil das Estimate für Dragon Quest hat Ackereien auf 15 Stunden gesetzt ich bin ein Freund davon lange RPGs bei einem Event zu zeigen aber 15 Stunden nein 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 und nochmals nein Nun gut Tiger hat mehrere Runs submitted einerseits Titan Quest Any% Da Tiger den Run immer mal wieder öfters noch mehr kaputt macht als sonst haben wir uns dafür entschieden Any% Degendary haben wir dann sein lassen ebenso wie Grimdorm weil uns gesagt haben wenn Tiger dann wirklich nur ein paar schöne Runs und nicht gleich mehrere Runs nacheinander Any% Degendary ist zwar auch ganz nett anzusehen aber ich finde Any% nur Any% ist noch wesentlich interessanter und abwechslungsreicher Grimdorm ist auch interessant nur ein Event mit Tiger und ohne Danke Country und ohne ein Danke Country Run Nein vor allen Dingen wenn es dann wirklich Danke Country 100% ist was wir auch noch nie bei einem ZFN hatten bislang hatten wir hauptsächlich Any% und dementsprechend haben wir halt gesagt wir nehmen jetzt den Run rein und freuen uns da einfach drauf Xenoblade Chronicles da meinte Tiger es wurde zwar als race submitted aber ich habe gegen Binia einfach mehrere unfaire Vorteile besser ist es wie bei das Binia diesen Run und Any% New Game Plus No Cutscene Skip Wie lange hat Tiger das gemeint 14 Stunden Ich denke das ist selbsterklärend So Zartox Da bin ich jetzt nicht ganz sicher Ihr seht Race gegen Ramval Fragezeichen Ramval und Zartox haben sich jetzt nicht untereinander abgesprochen Es wurde nicht als ein Race submitted Aber ich habe gesehen Beide haben die gleiche Kategorie submitted Beide sind ungefähr gleich gut Zartox ist ein Ticken besser als Ram Wahl Aber warum nicht einfach mal eventuell ein Race Letzten Endes ich weite jetzt darauf wie die Reaktion der beiden ist ob die damit einverstanden sind Wenn nicht dann nehmen wir das Race raus und müssen dann einfach mal gucken schauen tun wer von den beiden Terranigma letzten Endes zeigen darf Ich glaube es mit Zartox werden weil Zartox hätte dann sonst keinen einzigen Run drin Link to the Past Any Percent No Matter Glitches A Link to the Past ist ein schönes Spiel aber Any Percent No Matter Glitches hatten wir gefühlt auch schon wieder zu oft Pokemon Rize Link to the Past Major Glitches Any Percent Ja Rize meinte Wern überhaupt bitte nur als Backup Run weil ich nicht weiß ob mein PC das packen wird Weserwurst mit Little Nightmares Any Percent ohne DLC es haben noch andere Leute ein Little Nightmares submitted und einige davon auch als Raze ich weiß dass Little Nightmares auf speedrun.com für PC und Konsole jeweils verschiedene Leaderboards hat aber ich bin mal gespannt ob das auch möglich ist ein Raze PC gegen Konsole zu machen auch da muss ich abwarten wie die Reaktion der Runner ist ob die damit einverstanden sind weil wenn nicht dann ja wird es halt nicht Conor Stone Errays mit Tiger Indipresent Notarial Cadet Skip haben wir sein lassen weil Tiger das nicht submitted hat und ja Sonic Zertrug Master System Mighty Rise 9 nimmt Winnie Winnie ist besser als ich ich finde Respekt for Rise das von sich aus sagt Link to the past any percent no major glitches ja derselbe grund wie auch bei Zartox gefühlt zu oft gesehen und major glitches any percent von bloody Gaia bloody Gaia hat noch später was submitted was wir dann angenommen haben in diesem Fall haben wir das als big up run angenommen aber ist eventuell ein big up run aber haben wir ursprünglich rausgenommen weil ja ähm go go simulator hat man auch sehr oft gesehen und das hat sich meiner nach zu tode geziegt und ja ich weiß das war ein schlechter scherz schick schick an dann kann 94 any percent no matter glitches haben wir auch eventuell als back up run drin aber haben wir jetzt erst mal raus genommen weil schick runner danken 94 auch das letzte Mal schon beim ZFM gezeigt hat und so prickelnd ist der run nicht dass man ihn noch ein drittes Mal ansehen kann vielleicht nächstes Jahr mal sehen vielleicht aber auch als backup run ebenfalls mal sehen so 64 habe ich schon begründet ebenso wie bei Super Mario Galaxy das wäre unschön geworden so mandatombi mit metroid zero mission 100% hatten wir schon sehr oft und wir haben uns entschieden 9% normal zu nehmen das wird auch schön werden sebastian tyler mit battle realms drachen klagen klagen da hatten wir das problem ja wir hatten kein video es kam auch kein video ich weiß dass er wohl bei sich zu hause internet probleme hatte er hat auch irgendwie angeboten dass er bei freunden oder verwandten das video aufnehmen konnte nur irgendwie wir haben nichts erhalten und wenn wir nichts erhalten haben müssen wir halt sagen tut mir leid das ist dann einfach nix wir brauchen halt etwas woran wir orientieren können woran wir auch sagen können ok der run ist gut schlecht scheiße und und battle realms haben wir halt überhaupt nichts und wenn wir halt nichts haben dann tut es mir leid dark the devil mit megaman x3 100% und 2000 xx any percent ace also 2000 xx ist ein back up run und megaman x3 haben wir einfach nicht genommen weil wir noch ein paar andere megaman sub missions gekriegt haben wo wir auch dann gesagt haben ok nehmen wir lieber das und machen da einen cut jim b mit rayphrase bluestorm er hat gefühlt glaube ich rayphrase bluestorm in gefühlt allen möglichen kategorien submitted und wir haben uns halt für expert circuit entschieden weil das meiner meinung nach die härteste kategorie ist wenn das set mäßig hinhaut dann können wir sogar einen kleinen rayphrase block machen weil andy panther hat rayphrase 64 submitted und rayphrase 64 was er wirklich eines der haupt argumente war damals sich ein n64 zuzulegen weil die wellenphysik so realistisch war und dann und dann nachfolger rayphrase bluestorm das könnte interessant werden shuzu mit please don't shut anything 3d ich denke das wird letzten endes ein submission ein incentive werden ob er jetzt normal ist oder 3d zeigt am run selber ändert sich da nix es hat das gleiche estimate und ich glaube es funktioniert auch nach dem selben prinzip so jimby wieder normal circuit habe ich schon eben begründet capture and arrow xcw ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen ähm die beiden haben noch diverse andere arkham titel submitted und wir haben einfach gesagt wir machen da jetzt einen cut weil das waren die beiden kürzesten arkham runs die submitted haben und ähm ja war einfach so ich meine ich freue mich darauf ich finde die arkham spieler sind wunderbar und noch mehr freut es mich dass die beiden dass wir solche experten haben ich glaube einer der beiden hat sogar in einer kategorie den weltrekord und dementsprechend genial wird das quicker kirby's dreamland beats the game äh quicker hatten wir auch schon mit caddyscaves 3 ein race mit nepomuk und mit pen pen tree isilon und dreamcast dreamcast runs sind sehr selten und dementsprechend haben wir uns einfach gesagt okay dann machen wir einfach das magic hat jede menge ähm 3d runs oder action action slash submitted hier haben wir sogar gleich drei runs akzeptiert plus der eventuelle caster als vierten run als backup run wir haben uns für turok 2 seed of evil entschieden und turok dinosaur hunter remastered rausgenommen weil turok dinosaur hunter das lief gefühlt schon sehr oft bei diversen events und die entscheidung für fuck right blood dragon und rwy grim eclipse fanden wir persönlich interessanter als als caster und beatlamb ok ähm yakuza 5 anypresent ich weiß eminashu hatte sich große hoffnung gemacht er hat den run extra nochmal er hat den run extra aufgenommen und auch geübt aber wir haben kein vod gekriegt wir haben kein video gekriegt ich hab dann nochmal nachgekriegt ja hör mal wo ist das video kannst du mir nicht das video geben und dann meinte er ähm ja ich hab irgendwie das video nicht mehr ich kann auch eins machen aber ich glaube besser ist es wenn wir den run einfach jetzt nicht akzeptieren weil ich auch keine zeit hatte bislang den run nochmal zu üben mir tut es ein bisschen leid aber ich hoffe einfach mal dass er vielleicht nicht sehr oder vielleicht irgendwann mal eine chance hat den run zu zeigen und den nochmal ein bisschen zu üben so wir sind wieder bei Xone Metroid Zero Mission Borderlands 2 Mirror's Edge das sind alles Runs die haben wir schon gefühlt sehr oft gesehen vor allem Borderlands 2 oder Mirror's Edge Mirror's Edge ja ist ein schöner Run läuft aber läuft auch gefühlt auf jedem zweiten Event und da muss er uns einfach gesagt wir entscheiden uns für XCOM 2 das wurde noch nie gezeigt es ist vor allen Dingen ein Run der ja ein Run den man noch nie gesehen hat beim Event und es ist einfach mal ein Run der einfach mal was anderes ist Taro Nagare mit Little Big Adventure und Infamous Second Son ich weiß Taro wollte diese beiden Runs im Rahmen der 12 Stunden Challenge zeigen aber ja funktioniert halt nicht weil das Internet nicht nicht da war er hat es auch seitdem glaube ich nicht irgendwie gelernt oder so und dementsprechend haben wir einfach gesagt wir cutten das jetzt und nehmen dann Bastion rein weil Bastion wissen wir keiner äh Breath of the Wild Any% es ist nicht die einzige Breath of the Wild Submission aber es ist halt die Any% Submission und die All Dungeons All Dungeons No Amiibo Normal Mord No DLC Gott das ist echt eine Kategoriebezeichnung die ist wir haben uns die Entscheidung in diesem Fall nicht recht gemacht aber wie wir jetzt bei Gott wo war das ESA oder SGQ gesehen haben Ähm Any% ist und das muss ich jetzt einfach brutal sagen ist langweilig es hat nicht so sehr den Flair wie die Any% Kategorien bei den N64 Spielen All Dungeons hingegen ist es ein bisschen spektakulärer zu sehen und ja deshalb haben wir uns halt entschieden wir nehmen All Dungeons tut mir leid Lars so Burning Dude hier fiel die Entscheidung schwer welche Runs nehmen wir jetzt einfach mal und ähm ja jetzt gibt's halt kein Genesis jetzt gibt's halt kein kein Mega Drive Run in unserem Schedule aber müssen wir mit leben ähm Super Tennis haben wir dann noch reingenommen aus dem einfachen Grunde wenn GDQ meint keine Sportspiele keine Sportspiele Runs zeigen zu müssen weil die angeblich langweilig wären oder wie auch immer wir wollen das Gegenteil beweisen und ich denke mit Super Tennis können wir das Gegenteil beweisen Nun gut das war Schnelldurchlauf wieso wir jetzt welchen Run nicht genommen haben wieso beziehungsweise was diese Sondermarkungen äh bedeuten also wie gesagt ähm Zartogs Rays gegen Ramval Terranigma mal sehen was dabei rumkommen wird ob die beiden damit einverstanden sind und bei Little Nightmares ja weiß ich jetzt nicht ob Bloody Gaia und Force Dragon und Wiese Wurst auch einverstanden sind äh Rays PC in Consolo zu machen wir werden es sehen ich meine das die Katze sind seit gestern Abend draußen ja schauen wir mal gucken ok wie geht es jetzt weiter ähm Veni wird jetzt diese Woche das erste Schedule anfertigen wir haben ja von allen Runnern allen Leuten die was submitted haben haben wir ja auch Infos gekriegt wann sie können und wann sie nicht können und ich hoffe einfach mal dass das was wir da jetzt gekriegt haben ähm dass das dann so sehr zusammenpasst dass Veni ein gutes Schedule zusammenstellen kann wir wissen auch schon ungefähr was der Abschluss Run wird und ja ich hoffe einfach mal dass das alles hinhauen wird aber das werden wir letzten Endes dann noch sehen haben ansonsten möchte ich auch nochmal euch darauf hinweisen ihr habt die Chance anonym ein Feedback zum ZDFM zu hinterlassen ich habe schon ein paar Antworten gekriegt ähm ja wie gesagt ihr habt die Chance ich werde das alles nochmal unter dem Video verlinken wenn ich fertig bin ich sehe auch schon ich bin schon mit 35 Minuten ich befürchte ich werde die Stunde erreichen und dann schauen wir mal guck was da jetzt noch geschehen wird ok nächstes Thema Romhack Event äh das war interessant und mit Ecken und Kanten behaftet ähm wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht und mein großes Lob gilt erstmal an Zorgo und Doritos die wirklich da ein schönes Event zusammengesteckt oder zusammengestöpselt haben Rage% kam glaube ich bei den meisten Leuten gut an wobei ich persönlich sagen muss ich muss ein bisschen mehr auf die Kamera achten sprich die meiste Zeit konnte man halt mein Gesicht nur ungefähr bis hier sehen also na bis hier meinen Mund nicht mehr und nur wenn ich mich dann irgendwie zurückgelehnt habe oder die Arme zurückgeworfen habe konnte man auch mein restliches Gesicht sehen und das ähm ja man muss ein bisschen drauf achten ich glaube das liegt auch einfach daran dass meine Kamera die ganze Zeit in einer Position ist wo ich einfach nur direkt reinsprechen kann und halt für mich am bequemsten ist wenn ich wieder einen Vlog mache und wenn ich dann halt bei meinem eigenen Stream bin ja ich kriege da nicht so viel Resonanz bezüglich Webcam und so auf jeden Fall Rage Percent war super ähm hat auch Spaß gemacht ich bin schon aufgeregt nur jetzt haben Dorito es hat so gemeint ja ähm es hat so viel Spaß gemacht wir überlegen ein ganzes Event um Rage Percent aufzubauen dass die anderen auch solche Romhacks spielen ich weiß nicht ob das nicht ein bisschen Overkill ist ich weiß nicht ob das nicht eventuell Overkill ist und dementsprechend auch ins Auge gehen kann der Randomizer zwischen Silo und Zartox war sehr interessant es war mal ein anderer Randomizer vor allen Dingen beide haben sich dann gegenseitig unterstützt was auch der Sinn war von diesem Teamstream ähm beim Test hatten wir zuerst ein paar Probleme soundtechnische Probleme aber die haben wir dann Gott sei Dank relativ schnell äh gefixt und die Teilsätze die gezeigt wurden waren auch wunderbar und waren auch einfach nur dass die Kinn die Kinnlader nach unten ging so der Sonntag ähm Metro Deep Freeze 100% es war ich hab jetzt den Run das erste Mal live gesehen und ich freu mich umso mehr auf das ZFM wenn Xone diesen Run auch zeigen wird mal gucken hatte bei Kaizo Mario World Pech das muss ich einfach nur sagen der Run lief nicht so ganz wie er wollte und am Ende hat er dann einfach auch aufgegeben aufgeben müssen weil er ja kein Leben mehr hatte ähm fand ich ein bisschen schade und ich glaube er war um klein wenig nervös also verbessere mich da ruhig mal gucken wenn ich da falsch liege aber ich hatte den Eindruck äh da war ein bisschen äh äh Lampenfieber dabei ja Xion 64 mit so Mama Starroad hab ich ja schon beim ZFM gesagt massive Probleme und das ist leider auch das erste Mal dass wir während eines eigenen Events ein Mercical gemacht haben ja was soll ich da noch großartig sagen ist halt alles unglücklich gelaufen und dann natürlich Dank D-Devil mit Mega Man 2.5D ähm die ursprüngliche Idee von DDD war halt dass halt seine Q-Kommendatoren Ramval und Captain Exo via Skype mitkriegen was er spielt halt ohne Zeitverzögerung was aber selbst sein PC der PC von DDD ist verdammt stark dazu gebracht hat der stark zu lecken also dass sie halt gesagt haben hör mal ähm beendet Skype und schaut lieber auf Twitch zu und macht darüber das Q-Kommentary lässt sich nicht vermeiden insgesamt wir haben sehr viele Erfahrungen gesammelt auch was so Ton was auch so Soundprobleme und so angeht und dieses Lehrgeld werden wir zum ZFM hin anwenden können und das wird denke ich gut werden nächstes Thema da mache ich jetzt mal wieder den Szenenwechsel weiter kann ich erstmal nicht zeigen das BSG das Benelux Speedrun Gathering ich hab das nebenbei ein bisschen verfolgt und ich fand es war sehr interessant zu sehen es also interessant fand ich auch einen gewissen Gegensatz sie haben einerseits dieses Spenden Tracker von JDQ genommen und auch ein Layout gekriegt von den Machern also von den Layout Machern die auch bei JDQ waren was halt nur dezent verändert war aber es war nicht die Q das mag jetzt ein bisschen kurios klingen das ist jetzt so betone aber man hat wirklich gemerkt die haben sich wohl gefühlt die Atmosphäre war auch einfach familiär heim schön heim schön heim heimliches Gefühl ein familiäres Gefühl ein heimisches Gefühl und ich hatte wirklich das Gefühl die hatten Spaß war noch nicht sie waren sie waren halt keine Profis und ja umso mehr bin ich halt gespannt ob wir jetzt auch dieses monthly restream was am 23 und 24 oktober stattfinden wird das wird eine spezielle Herausforderung werden weil Tiger meinte die werden wahrscheinlich die Katz unter Schedule am 10. Oktober raus bringen und das ist dann exakt einen Tag nachdem ich auf Urlaub gefahren bin ja ich mache Urlaub feels bad man feels sorry for man aber ich werde immer 14 Tage komplett naja nicht ganz komplett ich werde mein Tablet garantiert mitnehmen und dann regelmäßig vorbeischauen und mich mit Tipps und Tricks nicht zurückhalten können aber auf jeden Fall die ganze Planung das Anschreiben von externen Runners und so müssen dann die anderen machen das wird interessant werden also die Entscheidung ob wir das bsg monthly dann restream werden wird am Donnerstag fallen ich würde mir wünschen dass wir das dann wirklich restreamen weil ich glaube das wäre es wäre interessant und es wäre auch mal wieder ein Restream wir müssen dann nur das irgendwie auf die Beine stellen ohne meine Mithilfe aber ich bin guter Dinge die werden das schon hinkriegen und wenn nicht werde ich Weserwurst dazu verteufeln dass er sich darum alles kümmert dann kann er mal diese Erfahrungen sammeln Weser oder New wobei New nicht New wird dann wahrscheinlich entweder in Japan sein oder aus Japan zurück sein aber New wird das wahrscheinlich nicht planen können ich werde sehen ich werde sehen dann der nächste Hinweis auf eine neue Sache es gibt was Neues auf unserer Homepage WRs und aktuelle Entwicklungen ich habe das am Sonntag nebenbei neben dem stream geschrieben ich bin noch nicht so ganz glücklich mit dem was ich fabriziert habe Sinn und Zweck dieser Kolumne ist einfach dass ich regelmäßig darauf eingehe es gibt neue Weltrekorde was für Weltrekorde gibt es was kann man da beobachten was kann ich da gesondert hervorheben ich muss noch ein bisschen da eine regelmäßigkeit finden ich habe jetzt einfach nur ein paar random runs rausgepickt mit einer mehr oder weniger gewissen regelmäßigkeit da wird mich auch euer Feedback erfreuen was ihr davon haltet Verbesserungsvorschläge und so es ist noch sehr stark work work progress aber ich glaube das kann durchaus was werden vor allen Dingen wenn das ganze auch auf unserer startseite gefeatured sein wird das ist nicht gerade selbstverständlich wie unsere startseite aussieht hintergrund also die sache ist die unsere homepage das ist auch schon wieder ein thema was uns seit jahren beschäftigt wir sind immer wieder sind wir jetzt daran okay wir haben jetzt eventuell jemanden der unsere homepage jetzt neu gestalten könnte oder uns gleich eine ganze neue homepage machen könnte und immer wieder stift das thema ein oder jemand verschwindet oder was auch immer es ist zum mäuse melken es ist wirklich zum mäuse melken dass wir es nicht gebacken kriegen endlich mal eine vernünftige homepage zu machen weil die aktuell homepage die wir haben ja ist krimskram ist stückelkram ist es geht nicht es geht nicht es geht nicht es geht nicht vor allen dingen ähm was ist german das german team okay das macht tiger noch regelmäßig ähm aber feedback zum beispiel dass das nicht richtig ist und so projekte ist ach ja es ist einfach eine einzige baustelle und es tut mir auch so ein bisschen in der seele weh dass das dem so ist aber wenn wir einfach niemanden finden der sich darum kümmern kann was soll man machen was soll man bitte schon machen woher nehmen und nicht stehlen aber okay übrigens anders dazu dass ich diese kolumne geschrieben habe war ein gespräch mit deb j deb j ist jemand der zu beginn von german sich sehr verdient gemacht hat der tipps und tricks gegeben hat deb j ist auch der eigentümer der seiten german speedruns german live streams glaube noch irgendeine weitere seite hier unten verlinken kann man ins gespräch und weiter halt dass er seine seite komplett genau aufstellen wollte und wir kamen da so ein bisschen ins gespräch brainstorm was man machen könnte ich werde für diese für german speedruns auch eine regelmäßige kolumne schreiben ich werde aber den fokus nicht so sehr auf weltrekorde legen sondern auf speedrunning allgemein ich bin mir noch nicht so ganz sicher wie ich das jetzt aufziehen sollte mein ursprünglicher plan war es dass ich das dieses wochenende machte nur mein ursprünglicher plan war dass ich dieses wochenende noch sehr viel anderes machte und dann am Ende ist daraus nichts geworden that's life that's fucking life aber auf jeden fall wenn wenn dann wirklich wenn dann wirklich diese kolumne auf der homepage von german speedruns ist werde ich das auch noch mal verlinken oder auch darauf verweisen ein bisschen synergie ein bisschen reklam machen sowohl für german speedruns als auch für germans kann nicht schaden meiner meinung nach ok ich näher mich hartnäckig der 50 minuten marke und ich habe noch ein thema vor mir aber das ist ein kurzes thema und zwar habe ich ja das letzte mal über exe gesprochen beziehungsweise über lgq 2014 und darüber dass wir jetzt keine vod davon haben exe ist am sonntag bei uns im chat aufgetaucht hat ein bisschen gegrüßt ich konnte alle Hände voll zu tun hatte aber was ich interessant fand war dass er meinte ich habe die vod bei mir auf dem rechner auf meiner festplatte jetzt müssen wir nur noch eine möglichkeit finden wie wir diese vod von der festplatte von exe auf unseren youtube kanal schaufeln können weil da können sie auch hin oder auf unseren twitch kanal wie auch immer da werde ich mir irgendwas demnächst überlegen was man machen könnte aber um ehrlich zu sein es hat jetzt keine zeit es hat jetzt zeit es hat zeit weil andere dinge jetzt muss ich davon brutal sagen wichtiger sind wir müssen das zmm vorbereiten wir müssen gucken wie das mit dem bsg man flieh sein wird ob wir das re-streamen es gibt noch anderes vorzubereiten ich muss auch noch einige sachen machen und viel zu tun sehr viel zu tun aber okay damit ich jetzt nicht die eine stunde marke erreiche werde ich an dieser stelle die aufnahme beenden ich möchte mich bei euch fürs zugucken und zuhören bedanken und wenn euch das video gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche kommentare habt schreibt schreibt sie bei youtube unter dem video rein oder aber auf twitch schreibt sie in den chat verlauf rein ich lese alles ich merke mal alles und ich versuche auf alles einzugehen versuche ich das wirklich i don't know aber okay in dem sinne vielen herzlichen dank fürs zuhören und zuschauen und so ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und bis zum nächsten mal in diesem sinne ciao